Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zu How to Steh Richtig, die kleine Videoreihe, in dem wir uns Replays entweder von mir selbst oder von euch anschauen, wo ein Mitspieler in der Runde ist, der offensichtlich wirklich für seinen Panzer, für seine Panzerklasse fehlplatziert ist. Dabei geht es nicht darum, denjenigen irgendwie zu blamen, sondern es geht darum, einfach zu zeigen, wie man es besser machen kann. Und heute haben wir so einen Kandidaten, und zwar den AMX 1375 Top Tier Light hier auf Außenposten. Zugegebenermaßen, der Spieler macht es nicht falsch, weil er es nicht besser weiß. Der Spieler macht es falsch, weil er Bock hat zu trollen. Er gibt sich aus dem Chat, der so läuft, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gucken uns einfach mal an, wie man denn hier als Top Tier Light auf dieser Karte aggressiver oder einfach besser spielen könnte. Es gibt im Grunde drei Optionen, wie man es machen kann. Man fährt, je nach Startposition, wenn man ein schneller Scout ist, straight Richtung Mitte. Hier den Weg entlang hält sich nicht auf, wo die Fahrzeuge stehen, sondern fährt hier oben rein. Das ist natürlich die risikoreichste Position, die ihr anfahren könnt, weil ihr erstens in den meisten Fällen nicht wisst, wer von eurem Team vielleicht noch ein zweiter Scout oder ein schneller Medium mitfährt. Und natürlich lauft ihr Gefahr, dass der Gegner die gleiche Idee hat und ihr euch dann hier oben in dieser Einfahrt trefft. Und entweder gewinnt ihr den Shootout oder ihr gewinnt ihn eben nicht. Das ist das große Risiko dabei. Der Vorteil dieser Position ist natürlich klar. Ihr könnt einerseits jeweils hier in die gegnerische Basis rein spotten. Das geht natürlich in die Gegenrichtung genauso. Ihr könnt hier Richtung Heavy Lane spotten. Ihr habt hier verschiedene Stellen, wo ihr einfach hinfahren könnt. Und ihr könnt natürlich das gleiche machen, was hier der Komet macht. Ihr könnt wieder in den südöstlichen Teil der Karte reinwirken. Als Top-Tier-Scout ist das eine durchaus lohnenswerte Position. Aber man kann natürlich noch andere Positionen anfahren. Anstatt, dass man in die Mitte reinfährt, in diese Burg, in das Schloss, wie auch immer ihr es nennen wollt, kann man in diesen Bereich hier reinfahren. Also zum Beispiel dort, wo der MT25 ist. Allerdings, seht ihr es schon, der Kollege steht hier relativ tief. Und kann natürlich nicht in diese Richtung darüber spotten. Dafür muss man entweder in diesen Busch reinfahren. Man nimmt die etwas aggressivere Variante und fährt hier in diesen Bereich rein. Und spottet dann in diese Richtung. Läuft aber Gefahr, den Gegenspot dann von dieser Position aus zu bekommen. Beziehungsweise geht das natürlich auch genauso in die andere Richtung. Oder man wählt einen dieser Büsche hier aus. Primär dann höchstwahrscheinlich diese Reihe. Um dann in diese Südrichtung zu spotten. Und je nachdem, was sich dann ergibt, kann man dann hier natürlich auch noch weiter aggressiv spielen. Normalerweise spottet man dann entweder diese Position oder eben diese Position. Wie gesagt, aus der Gegenrichtung funktioniert das ganz genauso. Die dritte Option, die ihr habt, und das funktioniert natürlich als Top-Tier-Scout vor allen Dingen auch recht gut, aber auch als Mid-Tier-Scout kann man das machen, ist hier über den Außenbereich zu fahren. Das ist eher eine Medium-Position, aber als Scout kann man das auch machen, um dann von dieser Position aus nicht unbedingt den Shootout zu suchen mit den Fahrzeugen, die dastehen, sondern primär diese Fahrzeuge zu spotten, die sich hier oben auf dieser Ridge-Line befinden, damit dann entsprechend das Team, was irgendwo dasteht oder dasteht, entsprechend hier die Gegner bewirken kann. Das funktioniert auch genauso in die Gegenrichtung, dass man hier in diese Position reinfährt und den Spot halt von hier aus ins Gegner-Team reinmacht. Was man auch machen kann, ist natürlich versuchen, die Gegner-Scouts, die sich irgendwo hier in der Mitte befinden, aufzuspotten. Das funktioniert aber tendenziell eher als Mittelscout im Wasserbereich besser als von dieser Außenbahn. Das sind auf jeden Fall die Positionen, die man natürlich nicht nur als Top-Tier-Scout anfahren kann, die aber natürlich als Top-Tier immer deutlich besser funktionieren, als wenn man irgendwie Low-Tier ist und vielleicht noch ein Scout mit dabei ist, der tierstufentechnisch über einem ist. Alles ist besser als das, was der Kollege da hinten auf A0 hinter den Artis macht und am Ende dem Team hier zu großen Teilen natürlich auch die Runde versaut. Was sagt ihr zu den Positionen? Habt ihr Ergänzungen? Fahrt ihr vielleicht auch eher Richtung Heavy-Lane? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr selbst solche Replays habt, könnt ihr mir die natürlich auch gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach bei WOT Replays hochladen und mir den entsprechenden Link schicken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt, G-Morn-Fan, Kulle, Kürtano, Karban, Heimtal, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher